Hallo und herzlich willkommen bei dem Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir mal einen Schmortopf vegan. Das ist schon was besonderes, da freue ich mich drauf. Wenn Sie sich dann die Frage gefallen lassen, warum den Schmortopf vegan, macht das Sinn? Ich sage mal, warum jetzt nicht? Ich bin selbst kein Veganer, ich esse gerne und viel Fleisch, aber ich habe auch keine Angst vor veganen oder vegetarischen Gerichten. Ich denke, das sollte man alles einfach mal ausprobieren. Und am Ende gilt, was schmeckt, hat recht. Ja, die Überlegung, einen veganen Schmortopf zu machen, die kam mir, als ich feststellte, wie toll eigentlich das Gemüse in so einem Schmortopf schmeckt. Normalerweise ist ja das Fleisch, der ist da im Schmortopf. Aber wenn man mal darauf achtet und so wirklich diese durchgeschmorten Karotten und Zwiebelchen, die karamellisiert sind und stundenlang durchgekocht. Was für ein tolles Aroma so ein Gemüse teilweise entwickeln kann, da kam mir schon die Idee zu sagen, na komm, schmorst da einfach mal nur das Gemüse ohne Fleisch und guckst, ob das nicht auch ein vollwertiges Gericht sein kann. Ich habe mir dazu mal zwei, drei Sachen überlegt. Also als erstes brauche ich eine Soße, die vollwertig ist wie bei einem Fleischschmortopf. Da werde ich ein dunkles Winterbier verwenden. Das passt dann schon mal ganz gut. Ich werde stark würzen, was ja auch im Veganen, soweit ich weiß nicht, verboten ist. Und dann kommt es natürlich auf die Auswahl der richtigen Zutaten an. Karotten sind in einem Schmortopf eine Wucht. Die geben nicht nur wahnsinnig tollen Geschmack an die Soße ab, sondern die entwickeln, wenn die mehrere Stunden durchgegart werden, ja auch diese wunderbare, weiche, süße, die sie sonst überhaupt gar nicht haben, wenn die nicht mehrere Stunden überhaupt in der Hitze liegen. Dasselbe gilt für Gemüsezwiebeln. Das heißt, Gemüsezwiebeln und Karotten werden bei mir das Dasein, der Hauptbestandteil dieses Schmortopfes, von dem ich den Geschmack abziehen werde. Gemüsezwiebeln kennt ihr vielleicht ja auch vom Grillen. Eine eingepackte Gemüsezwiebel, ähnlich wie jetzt eine Kartoffel, eine Stunde oder zwei in der indirekten Hitze liegend, entwickelt einen super Aroma. Da kann man so reinbeißen, das ist einfach herrlich und hat mit der rohen Zwiebel überhaupt nichts mehr zu tun. Dann braucht man natürlich auch einen gewissen Sattmacher. Da werde ich weiße Bohnen verwenden. Warum weiße Bohnen? Weiße Bohnen kennt man aus diesen griechischen Schmortöpfen mit Lammfleisch. Gigantes. Da werden die ja als Sattmacher gerne mit reingegeben. Dadurch bin ich ja auf die Idee gekommen und habe gesagt, okay, ich habe ja kein Fleisch drin. Ich brauche also neben Karotte und Gemüsezwiebeln irgendeinen Sattmacher dabei. Dann nehme ich doch mal die weißen Bohnen. Die sind relativ geschmacksarm. Aber die nehmen natürlich den Geschmack der Soße und von dem Rest Gemüse auf. Naja, und damit ist das Ganze, glaube ich, eine runde Sache. Gucken wir uns jetzt mal genau die Zutaten in der Übersicht an. Unser Blick auf die Zutaten. So, Hauptgeschmacksträger hier Karotten und Gemüsezwiebeln. Beide hervorragende Gemüse, die, wenn sie lange durchgedünstet werden, einen ganz anderen Geschmack annehmen als roh und dabei wahnsinnig viel Geschmack hoffentlich in die Soße abgeben. Die dicken, japanischen, sage ich schon, griechischen Bohnen, die weißen, die werden unsere Sättigungsbeilage. Wir nehmen schwarzen Pfeffer, Salz, Tomatenmark, Lorbeerblatt, ein Knoblauch, brauner Zucker, ein bisschen Mehl. Das kommt alles für die Soße. Unser Winterbier habe ich jetzt hier. Ihr könnt ein Schwarzbier nehmen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt mal kein Honigbier genommen, weil ich denke mir, Honigbier ist jetzt wahrscheinlich nicht so vegan. Aber generell gilt, wie gesagt, ich bin kein Veganer. Wenn ihr irgendetwas seht, was ich benutze, was jetzt doch nicht nach der Lehre rein vegan ist, dann sorry dafür. Schreibt einfach einen Kommentar ins Video. Okay. Als nächstes mein Schmortopf. Ich habe einen guten alten aus Gusseisen. Den habe ich ja auch für andere Schmortopfrezepte schon ganz gut verwendet. Das funktioniert prima. Wichtig wie immer, achtet darauf, dass auch der Deckelheber hier, Griff, alles in eurem Topf und Feuer fest sein. Da darf nichts Plastik sein. Ob jetzt ihr einen Keramik oder sowas benutzt oder ein Gusseisen, ist egal. Hauptsache nichts Plastik dran, damit ihr den so entweder in die Kohle, ins Feuer oder in den Backofen legen könnt. Angesichts des Wetters werde ich heute noch mal den Backofen verwenden. Es soll sich ja aufklaren bei mir und demnächst mal ein paar sonnige Tage geben. Ohne Regen. Da werde ich vielleicht auch mal einen Schmortopf draußen im Feuer machen. Aber heute mache ich noch einen Backofen. Das heißt, der wird als Ganzes so in den Backofen gegeben. Da muss der Hund um Metall sein. Achtet darauf, dass ihr ein paar feuerfeste Handschuhe oder Ofenhandschuhe habt und nicht, dass ihr daran gewohnt seid, einen Topf an den Hänkeln anzufassen oder am Deckel und euch dann später verbrennt. Sowas solltet ihr da haben, wenn ihr mit dem Schmortopf arbeitet. Gut, die Karotten sind einfach nur geschält. Die Gemüsezwiebeln aber, die habe ich nicht nur geschält, sondern auch schon halbiert. Dann mache ich jetzt noch ein paar Einschnitte rein. Ja, die kann man hier noch schön kreuzförmig einschneiden. Und dann werden wir die nämlich marinieren vor dem Anbraten. Das geht generell mit Gemüsezwiebeln relativ gut. Gut, ich habe mir dafür noch ein Öl zur Hilfe geholt, und zwar ein Walnussöl. Ich zeige das auch gleich mal in die Kamera. Das ist ein Walnussöl. Das werde ich gleich zum Anbraten nehmen. Da gebe ich hier auf jede Zwiebel ein bisschen drauf. Und dann nehmen wir ein bisschen von dem braunen Zucker. Und ein bisschen von dem Salz. Zwiebeln mit Salz und Zucker so karamellisieren, geht generell super. Könnt ihr euch auch merken, für den Grill ist es eine ganz tolle Sache. Wir werden das gleich dem Schmortopf machen, als Alternative zum Anbraten des Fleisches. Das lassen wir jetzt erstmal ein paar Minuten stehen, bevor es losgeht. So, ich habe ein bisschen Walnussöl schon mal im Topf hier warm gemacht. Da ist schon ein bisschen Hitze. Jetzt nehme ich unsere marinierten Gemüsezwiebeln. Schön mit dem braunen Zucker und dem Salz. So, jetzt habe ich alle vier reingepackt. Wunderbar. Die tun wir jetzt kurz so richtig anrösten. Dann nehmen wir die wieder raus. Und dann machen wir in dem Sud die Soße. So, die Zwiebeln sind raus. Dann packen wir den Kloblauch rein. Wir löschen das Ganze mit unserem Bier ab. Der Rest vom Zucker. Salz. Nehmen wir mal hier. Eins, zwei Lorbeerblätter geben wir mal mit rein. Schwarzer Pfeffer. Jetzt machen wir richtig schön die Soße an. Jetzt muss der Geschmack rein. Wir haben ja kein Fleisch. Das heißt, wir haben ja jetzt den Geschmack schön von der Zwiebel. Bisschen zum andicken Tomatenmark. Und natürlich unser Mehl. Und natürlich unser Mehl. Wir machen jetzt unsere Möhren wieder rein. Die sind ja so ein bisschen, ne? Der Fleischersatz jetzt. So. Wunderbar. Dann kommen wir unsere Möhren. Und oben drauf die weißen Bohnen. So. Und so sieht der fertig gefüllte Topf aus. Tolle Gemüse, Zwiebel, Karotten, die weißen Bohnen. Ein herrlicher Duft von Bier und Knoblauch kommt mir in die Nase. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Dann packe ich das dem Backofen bei 160 Grad. Und da lassen wir es zwei bis zweieinhalb Stunden drin schmoren. So, gute zwei Stunden sind um. Ich habe den Schmortopf rausgeholt. Also riechen tut es schon mal sehr gut. Ich finde, das sieht auch ganz gut aus. Schauen wir mal. So, werfen wir einen Blick auf meinen Teller. Ich habe mal ein paar Sachen hier gemopst. Gucken, die Gigantes. Ja, noch einen Geschmack angenommen. Sehr gut. Die Karotte. Ganz, ganz weich übrigens. Und süß, hervorragend. Und ihr seht schon hier an der Konsistenz von der Gemüsezwiebel. Da ist nichts mehr zwiebelig. Die ist ganz, ganz weich geworden und karamellisiert hier mit dem Zucker. Und dann kann man schön die Soße mit ein bisschen Brot nehmen. Vielleicht noch ein klein bisschen Pfeffer dazu. Das ist super. So, wir haben einen veganen Schmortopf gemacht. Schön mit Karotten und Gemüsezwiebeln, den dicken weißen Boden als Sättigungsbeilage. Das hat schönen Geschmack angenommen. Die Karotten sind so, wie ich es auch aus dem Fleischschmortopf her kenne, ganz weich und süß geworden. Und die Zwiebeln, so wie wenn man die lange grillt, verliehen die ja komplett ihre Schärfe und karamellisieren so ein bisschen. Eine ganz tolle Sache. Ich würde noch ein klein bisschen Pfeffer jetzt drauf geben zum Abschmecken. Ein frisches Brot dazu. Und da hat man ein tolles veganes Essen. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, das war es dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal mit dem veganen Schmortopf. Der wird jetzt auf den Tisch gestellt. Und dann futtern wir alle schön Gemüse. Guten Appetit.